das ist dasselbe wie der hier und der ist sowieso besser aufmerksamkeit und aufmerksamkeit und ausdauertreffer schoss bonus egal wie ich das geben würde es wäre viel schlechter also das ding hier ist blau das da ist nur hellblau ich glaube hellblau ist schlechter als dunkelblau und auf jeden fall aber besser als weiß ausdauer treffer chance ihre aufmerksamkeit ist recht hoch könnte ich ja also das hier verpassen mal und den heben wir mal auf das zeug hier werfen wir bei der nächsten gelegenheit mal raus den raum will ich erst mal nicht ich will mich erst mal hier unten umgucken okay der stein sah verdächtig aus okay das sieht auch nicht gerade unverdächtig aus aufmerksamkeit willenskraft und weine okay gut ich hatte schon angst dass das hinter uns zugehen würde äh skelettschämpion hi dummdi 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 dumm der hat hauptsächlich auf unserer anderen lade abgesehen jetzt hat es auch unser tag abgesehen gut solange nur hohe tönisch das ist mir gerade egal das zerschlag fetzen fetzen tut weh so du machst dann mal eine ordentliche heilung auf jeden fall er kriegt schon auf die fresse und er sollte gucken dass er die aggro hält weil irgendwie kriegen gerade alle ein bisschen aufs maul so was haben wir hier wieder was für die beine aufmerksamkeit ausdauer rüstung das stoff ist kriegst du es passend zu deinem oberteil und wir haben zu viel wein ich glaube ich verfütter mal ein bisschen brot so umhang des umhang der stumper ist ausdauer trefferschance bei den beiden werden es minus zwei willenskraft bei dir minus zwei stärke minus zwei beweglichkeit was will ich am ehesten meine magier geben opsala magier und der hier das ist vielleicht für sie ganz nett ansonsten hat ja jeder ein kopfteil bis jetzt schon ja okay hier ist nichts mehr hier war nur der typ mit seiner kammer naja wenn wir die zweite karte finden dann können wir immer noch gucken so als nächsten schritt gehen wir noch mal hier zurück zwischendrin mal ein quicksafe machen warum sieht das aus als ob es hinter mir zu gehen würde warum steht da oben der boss okay bye wir wissen jetzt schon mal wo der boss raum ist ja wie hier boss ausrufezeichen okay das heißt wir gehen und gucken uns jetzt jetzt den mittelraum an hier haben wir alles gekleert bis jetzt ihr seid nur fußsoldaten also nichts wirklich schlimmes wobei ihr habt magier hinter euch das könnte etwas blöd werden mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm hhhh mhm, 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 mhm Unterbrechen wir dich mal. Und hepp. Heilung. So, die haben auch wieder was fallen gelassen. Willenskraftausdauer. Hm. Wahrscheinlich für unseren Magier. Also für Serikal. Kriegt er den da? Oh. Hm. Sind wir schon überladen? Nein, aber wenn ich jetzt die Waffe austausche, werden wir es sein, oder? Ja. Oder doch noch nicht ganz. Nein, doch noch nicht ganz. Gut. Müssen wir demnächst mal wieder ausmisten. Okay, wir können nur noch zum Boss und zum Spinnenbereich. Der ist hier. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Also hätte ich echt nicht erwartet, dass da einfach eine Spinne hochgekrabbelt kommt. Vor allem eine starke Spinne. Ja, giftige Sprucke. Nicht so schön. Verbrennen wir das Ding, bitte. Okay. Spinneneier. Kann die Spinneier nicht kaputt machen? Habe ich das jetzt als Gutes oder als Schlechtes Zeichen sehen soll? Ja, warum habe ich mir nur gedacht, dass da jetzt auch gleich wieder eine hochkommt? Weil der Raum ist ja so unauffällig gespiegelt. Komm, Feuer hilft hoffentlich besser gegen diese Viecher. Ich sollte auch immer darauf achten, was das Vieh selber macht. Wenn es nur beißt, ist es okay. Wenn es giftige Spucke macht, sollte ich es unterbrechen. Okay. 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 Nee, alle auswählen. Ich wollte die nicht aus Versehen. Anwählen. Genau. Blute. Blute. Brenne. Stirb einfach. Danke. Was ist das? Kurzschwert der Kluft. Hm. Und auch hier sind Spinner, ja? Nur, dass hier ein Gang mehr ist. Hm. Hi, Spinnis. Ernsthaft? Okay. Hier hat sich nichts geändert. Habe ich jetzt dadurch hier drüben aufgemacht? Ja, Tatsache. Dann machen wir auch mal da drüben auf. Oh, fette Spinne. So rum, bitte. Bitte. Ja, Spinn. Hier sind überall Spinnen. Sogar sehr große Gruppen. Ah. Die ist ein bisschen auf Steroid, kann das sein. So, hier werde ich gespuckt. Du brauchst eine Heilung. Hinter uns ist niemand. Okay. Das ist nur mal ein Stück Brot. Hm. Zauberstab. Okay, das ist der Mittelgang. Da latschen viele kleine Patrouille. Ja, Jungspinn. Die können zum Glück nicht so viel. Hallo. Ich habe gesagt, den da zuerst. So, in der Reihenfolge bitte. Oh, die dahinter will auch was von uns abhaben. So, auf. Achten, wenn sie wieder spucken sollte. Dass wir das unterbrechen. So. Das klappt auch recht gut. Gut. Oh, ein Mana-Trank. Okay. Gut. Hier ist sonst nichts. Hier sind mehrere Mittelgang-Räume. Die gucken wir uns nachher an. Äh. Nein, die aggore ich erstmal noch nicht. Die spinnen hier. Die können seitwärts laufen. Okay. Auch gut. Nein. So, bitte. Okay, hier ist nun Heiltrank. Ansonsten scheint auf der Seite auch nichts zu sein. Jedenfalls nichts Offensichtliches. Wenn wir die zweite Karte haben. Von dieser Ebene. Dann können wir ja nochmal hierher zurück. Und uns umgucken. Ei, fettes Vieh. Unterbrechen wir dich gleich mal. So oft brauchst du uns nicht vergiften. So, jetzt kommt die kleine Kompanie hier. Wow. Heilt dich mal bitte selber. Das geht sonst nämlich arg in die Hose. Heilt dich am besten nochmal selber. Hey, noch ein Buch. Wehenskraft Ausdauer. Ist nett, aber nicht sonderlich nötig. Hm. Ein Weg nach unten. Ein gerader Durchgang, okay. Und in dem Raum waren Spinnis. So, die Meistenwilderung hält. Das ist gut. Das ist gut. Buckler des Treibsans. Expertise und Hass. Steht irgendwo die Expertise zufällig? Todesfälle bewusstlos gewesen. Schritte getötete Gegner. Ah, Expertise. Verringert die Chance, abgewehrt zu werden. Maximal, sicher, Prozent, das ist 5%. Der Maximal bei der Chance, dass der Gegner bei 5% liegt. Nah ja. Kest 혼란, statt schmerzuma malzuję. K иногда Waläpfung기acht. Was verlässt, Herrúa confident, ein Stück, wir k했다 NFT, hungert,